so hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren runde minecraft minigames ich bin hier wieder auf dem server und bei dem minigame cowboys und indians die map heißt berlin und wer cowboys und indians nicht kennt da gibt es zwei teams ich bin in team gelb genau team gelb und der leader sollte mal zurückgehen und zwar da muss team gelb gegen team rot spielen man hat hier schwerten bogen und hikes mensch speedtast und in wisse invisibility das genau und bei invisibility das kann man unsichtbar werden springt bachs auf hifi rasch aus und mit dem speedtast wird man schneller und ganz normal jetzt weiß ich gar nicht mehr wo es hingehen muss der roten geht dann sie ja schon heute stehen meine bogenskills wieder üben den hätte ich nicht verkacken dürfen naja guck da sieht man jetzt ist er unsichtbar aber so dumm wie er ist hat er immer noch ich glaube ich kriegt ihn unbedingt wieder punkte auf hifi also genau hierüber geht es zu der roten jetzt weiß ich wieder aber es habe ich keine pfeile mehr egal jetzt habe ich wieder pfeile naja ja 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 den krieg ich auch noch kommen auch schlecht wo ist der da ist er warum bin ich jetzt so spätast gestorben die haben nicht die ganze zeit gesehen also wirklich gut sind die nicht es steht schon 1 0 für die cowboys nein also ich bin indianer ich bin gelb also die cowboys sind die roten und die indianer die gelben ich rasch gleich aus he ganze zeit um unser haus springen kleine kinder von den nachbarn ich hoffe die hört man nicht eben in der aufnahme weil sie sind recht laut ich gehe jetzt ans bonn was bonkers nein dafür killen die mich aber wo ist eigentlich unser leader zwar nein jetzt mache ich was komme ich dadurch auch ich muss ach stimmt ich muss durch das haus genau wo ich jetzt was ist das alles geht es nicht mehr weiter muss ich nur noch zu den roten finden jetzt dring ich ein wo haben die ihren leader wo haben die ihren leader dort dort ah ich sehe ihn jetzt ich habe ihn juhu der noch drauf ja gut so kann es ja nicht wahr aber wir haben schon ah wir haben schon einen punkt ich mache jetzt den ausgleich vielleicht aber ich denke dass das sind keine doch sind sogar hier hinter mir nein da schon gut wie geht es noch mal zu mir ich habe keine ahnung shit 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 nein falsche richtung da lang oder ja hier lang da wird sich jetzt auch denken wo renn ich denn hin ja genau ich habe es gefunden haha ja ein punkt okay das war geil wie kommt der da hoch runter wie komme ich da hoch ich komme da gar nicht hoch da war doch gerade jemand oder ich habe es noch ein halbes herz ich habe mich schon wieder ich habe null orientierung sind es gibt es gar nicht ich gehe mal hier hoch und vielleicht erkennt dass ich habe ein neues texte pack so a text ich ich werde den download ich werde den download link dann auch in die beschreibung stellen ich werde den download link dann auch in die beschreibung stellen auch in die beschreibung stellen wenn ich mich jetzt gut anstelle dann kriege ich den nein egal kommen hier raus ja mal hier kennen wir schon das brandenburger tor also wirklich gut gemacht oder gut gebaut und wir hatten ja hier sind die bauer vielleicht können wir mal ein bisschen anschauen zu unserem neuen projekt ich habe keine ahnung wann das starten wird muss dominik und ja dominik ist ja eher so unser führer von unserem kanal und der wollte es dann noch entscheiden wann und wie überhaupt wird es dann machen ja also mehr kann ich dazu noch nicht sagen jetzt mal spiele ich es ist eine von uns assassin's creed ha ha nein ich entdeckt deutschland fahne in hitlers zeiten hier jetzt habe ich wieder ah ok da geht es zurück komm das muss ich packen dann haben wir gewonnen dann juhu geht es hier zurück ja stimmt hier geht es ja auch nein nein verbiss ich verbiss ich verbiss ich verbiss ich geh weg ja ich hab gewonnen jammern also würde ich sagen das war's für heute wir sehen uns dann beim nächsten mal download link vom texture pack ist texture pack ist in der beschreibung und ciao ciao